Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel prozentuale Anteile berechnen kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Das Prozentrechnen sollte eigentlich eine simple Sache sein. Doch das Prozentrechnenbescheid machen immer wieder Kopfzerbrechen. Zum Glück gibt es Microsoft Excel, denn wer die richtigen Formeln kennt, löst die Problemstellung im Handumdrehen. Kommen wir nun zu unserem Beispiel. Ich habe folgendes vorbereitet. Und zwar haben wir in der Spalte B Projekte von A bis D und die dazugehörigen Stunden. Projekt A sind 100 Stunden angefallen. Um nun den prozentualen Anteil zu errechnen, wende ich im ersten Schritt eine Gesamtsumme an. Und zwar erstelle ich diese in der Zeile 10 und errechnen mir die Gesamtsumme der Stunden über alle Projekte. Diese 920 Stunden ist nun die Gesamtsumme. In der Spalte D möchte ich nun den prozentualen Anteil errechnen. Ich nenne die Bezeichnung Prozentanteil, färbe diesen noch ebenfalls und wende nun folgende Formel an, ist gleich. Dann wende ich mich nun der einzelnen Projektstunden an. Und zwar für das Projekt A sind 100 Stunden angefallen. Und genau diese 100 Stunden möchte ich nun ins Verhältnis der Gesamtsumme setzen. Und zwar den 920. Wenn ich das durchführe, erhalte ich nun 11%. Das bedeutet, Projekt A macht in Summe 11% von allen Projekten aus. Wenn ich nun diese Formel für die weiteren Projekte anwenden möchte, muss ich noch sicherstellen, dass ich in dieser Formel die Gesamtsumme eine fixe Referenz setze. Und zwar mache ich das durch diese Dollarzeichen. Damit ist sichergestellt, dass ich nun bei der Fortsetzung dieser Formel oder Anwenden dieser Formel immer entsprechend die aktuelle Zeile mit der Gesamtsumme berechnet wird. Wie ihr seht, erhalten wir folgende Verteilung der einzelnen Projektsummen. Möchten wir nun beispielsweise einen Betrag prozentuell nun verteilen auf diese Projekte, dann können wir wie folgt vorgehen. Angenommen, wir haben ein Budget von 10.000 Euro. Ich formatiere diese noch und möchte nun hier in dieser Spalte die Verteilung berechnen. Dazu kann ich wie folgt vorgehen, und zwar berechne ich mit dem prozentuellen Anteil, welcher zuvor berechnet worden ist, mit der Multiplikation des Budgets. Dieses Budget muss ich auch hier wieder eine fixe Referenz setzen und wir erhalten nun die entsprechende Summe und zwar von ca. 1.000 Euro. Wenn ich nun das für alle anderen Projekte anwende, erhalten wir nun für das Projekt B ca. 3.000 Euro, das kleinste Projekt mit 200 Euro und das größte Projekt mit 5.400 Euro. In Summe müssen diese einzelnen Projekte wiederum das Gesamtbudget ergeben. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen Formeln die prozentuellen Anteile sehr einfach berechnen und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!